So, nach der Demo beim CSD, muss ich mal hier wieder mal was ganz entspanntes filmen. Hier stehen wir, Zeil Nummer 1. Das war das ehemalige Toilettenhäuschen hier in Frankfurt. Das ist ein Café geworden. Dort ist das mein Café und hier sehe ich eine Platane, die lässt hier ganz schön Rinde. Es scheint ja so zu sein, dass hier in Römer auch so ein bisschen unter der Trockenheit leiden. Schon interessant. Und das erinnere ich jetzt wahrscheinlich wieder. Muss ich wahrscheinlich nächstes Jahr im Frühjahr kommen, um zu sehen, wie das hier dann aussieht. Hier lauter wächst es hoch. Schon interessant, wie da die Rinde abklettert. Ein bisschen von unten nach oben so einen Baum fotografieren ist ja auch mal nicht so übel. Gehen wir mal ein bisschen näher ran an die Rinde. So blättert das Zeug hier ab. Schon unwahrscheinlich. Schon interessant. Für meinen YouTube-Kanal Bionik mit Wolfgang Martin. Nur so, dass das irgendwie mal ein bisschen authentisch wird. Das hier also die Platane nochmal von dieser Seite. So, zwei Minute und zwanzig sind wir da. Na ja, andere Bäume. Hier ist mal ein paar Rad von hinten. Und dort vor uns ist das kleine Urtürmchen. Oder das Urtürmchen am Anfang der Zeile. So. So.